Hör auf zu schlafen mit Dornrösschen, denn der Prinz versiegt den Drachen heute. Nicht für die Welt, hol dir das Glück, kämpfe für die Liebe, schau nach vorn und nicht zurück. Nicht für die Welt, hol dir das Glück, kämpfe für die Liebe, schau nach vorn und nicht zurück. Liebe Popstars-Fans, begrüßen Sie die Moderatorin der heutigen Live-Show. Hier ist Arabella Kiesbauer. Das ist das, was für ein Moment. Vielen Dank. Das ist das, das Popstars-Finale 2003. Und heute geht es ums Ganze, ihr habt sie verstanden, ja. Super. Wahnsinn, wie ist mir? Was für ein Moment, jetzt kann ich erstmal nachvollziehen, wie man sich fühlt, das Popstars. Dieser Song und damit auch deine Person, ihr habt uns in den letzten Monaten begleitet. Ist das auch so dein Lebensmotto, lebt deinen Traum? Zu 100 Prozent, man muss alles geben, wenn man auf der Bühne bestehen will, seinen Fans gerecht werden will. Und das haben auch die beiden Gruppen gemacht, die wir heute so gut wie noch nie erleben werden. Und eigentlich möchte ich die Erste sein, die gratuliert zu diesem Outfit. Du siehst cool aus, wirklich cool. Dankeschön. Ich hab mir auch gedacht, lebt meinen Traum. Und deswegen hab ich zu dem Outfit gegräsen. Genau, lass mal raus. Gut, den Satz werden wir gleich einordnen für die heutige Sendung. Vielen, vielen Dank, Jasmin Wagner. Und das ist dein Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.